BOOM! BOOM! Hi Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute spielen wir... Bomb-Tag. Ist eigentlich dasselbe wie Bomberman. Also, heute dabei sind... Hallo? Hallo! Ah ja. Auf jeden Fall haben wir das Spiel gestern entdeckt. Äh, ja. Äh... Ja, also... Krieger spielt das seit heute. Und wir spiel... also die... Ich und Safir spielen schon seit gestern. Also, ja. Ganz kurze Frage an dich stelle. Ist die Musik im Hintergrund gewollt? Ja. Okay. Das ist doch immer noch Musik, die nicht copyrighted ist. Schon vergessen? Ja, ich kenne mich damit nicht aus, okay? An alle YouTuber da draußen, Nike kosten nicht copyrighted. Mach mir mal ne Liste, was alles nicht copyrighted ist. Alles, was Nike hat. Oh nein! Da sitzt doch noch was immer mal. Ähm, machen wir erst zuerst alle Kisten weg oder direkt auf Anreifen? Ja, alle Kisten weg. Ah! Ich habe aus Versehen. Nein, 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 nein! Ohohohohohohohoho ... Ohohohohoho ... krass ... Krass ... Krass ... Ich bin ... Ich krieg ein bisschen schang. Ey! Ähm. Ääh ... ja ich habe nichts ich habe gar nichts nein ich hätte diese eine bombe noch haben ich habe gar nichts voll doch jetzt habe ich alle leute müssen vorhin haben wir so gemacht ich war schon tot und dann haben die beiden sich darum in die ecken gesteckt und dann habe ich gesagt und ja also hat das alles in sinn was das mit warte geht in die ecke ich will so leute das war es mit dem video ich hoffe es hat euch gefallen das war eine vorstellung von dem spiel bomb tech natürlich werde ich dafür nicht bezahlt ja Bis zum nächsten Mal.